So Leute, in diesem Video werden wir uns mal anschauen, wie man die Entscheidungsregel bei einem zwei-beidseitigen Hypothesentest mit gegebenem Signifikanzniveau Alpha gleich 5% aufstellt. Und zwar mithilfe der Sigma-Regeln. Dementsprechend ist es wichtig, dass ihr Bescheid darüber wisst, was diese Sigma-Regeln sind. Wer da noch keinen Plan hat, schaut sich das Video dazu an. Und ihr müsst wissen, was die sogenannte Laplace-Bedingung bedeutet. Wer da auch noch unsicher ist, der schaut sich gerne auch das Video dazu an. Beim zweiseitigen Hypothesentest ist es ja so, dass die Entscheidungsregel aus einem Annahme- und einem Ablehnungsbereich besteht. Und der Ablehnungsbereich, wissen wir, besteht aus zwei Teilen, weil wir beim zweiseitigen Hypothesentest in zwei Richtungen testen. Wir schauen, ob die Wahrscheinlichkeit P sich geändert, verändert hat. Und der Unterschied ist ja, beim einseitigen Hypothesentest schauen wir immer nur in eine Richtung. Also ist P größer oder ist P kleiner als die in der Aufgabenstellung getroffene Aussage darüber. Und dementsprechend, um eine Entscheidungsregel aufstellen zu können beim zweiseitigen Hypothesentest, benötigen wir diese beiden kritischen Werte KL und KR. Das sind jeweils die Werte im Ablehnungsbereich. KL ist der kritische Wert links sozusagen im Ablehnungsbereich auf der linken Seite, der den Ablehnungsbereich vom Annahmebereich trennt. Und der kritische Wert KR ist eben der kritische Wert rechts im Ablehnungsbereich sozusagen, der den Ablehnungsbereich vom Annahmebereich auf der rechten Seite trennt. Und es gibt eine sehr effiziente, schnelle Möglichkeit, diese beiden Werte zu berechnen, mit Hilfe der sogenannten Sigma-Regeln. Ja, jetzt wissen wir aber, die Sigma-Regeln dürfen wir nur anwenden, wenn eine Normalverteilung vorliegt. Jetzt ist es aber so, dass in der Regel eben hier in den Aufgabenstellungen eher eine Binomialverteilung gegeben ist. Und dementsprechend müssen wir erstmal schauen, kann ich diese in der Aufgabenstellung gegebene Binomialverteilung vielleicht annähern durch die Normalverteilung? Wir wissen, diese Möglichkeit gibt es. Und Aussage darüber, ob es eben möglich ist, gibt uns die sogenannte Laplace-Bedingung. Ja, und wenn das eben zutrifft, die Laplace-Bedingung auf diese Binomialverteilung, dann kann ich die Annäherung durchführen und dann kann ich eben die Sigma-Regeln verwenden. Und wir gehen jetzt mal darauf ein, wie man die berechnet, dann diese beiden kritischen Werte, KL und KR. Hier rechts haben wir jetzt im Schaubild gegeben, auf der x-Achse sind quasi alle möglichen Werte von 0 bis n. Ja, also wir haben ja eine Stichprobeband, zweiseitigen Hypothestest, der die Länge n hat und dementsprechend kann unsere Testgröße x nach Auswertung von dieser Stichprobe einen Wert zwischen 0 und n annehmen. Ja, also eine Trefferanzahl sozusagen. Und der wahrscheinlichste Wert, der angenommen wird von der Testgröße x in der Stichprobe, ist eben der Erwartungswert µ. sehen wir hier, ja, hat die höchste Ausprägung hier, die Wahrscheinlichkeit p ist am höchsten, am wahrscheinlichsten und je weiter wir uns weg entfernen hier von diesem Erwartungswert, desto unwahrscheinlicher ist es, ja, die Wahrscheinlichkeiten sinken hier, dass eben die Testgröße x da einen Wert annimmt. Und wir wissen jetzt beim zweiseitigen Hypothesen, das ist so, wir haben einmal eine linke Seite von 0 bis zu diesem kritischen Wert k links, wo die Nullhypothese eben verworfen wird. Wir haben einen mittleren Bereich sozusagen, der beschreibt den Annahmebereich, ja, da wird die Nullhypothese angenommen. Und wir haben eben noch eine rechte Seite im Ablehnungsbereich, die geht von dem kritischen Wert rechts bis zu der Länge n der Stichprobe. Ja, das ist eben die rechte Seite des Ablehnungsbereichs. Und das Entscheidende jetzt, um diese beiden kritischen Werte zu bestimmen, ist, wenn ich eben diese Normalverteilung mit dieser symmetrischen Glockenkurve um den Erwartungswert vorliegen habe, kann ich diese Symmetrie ausnutzen, weil ich weiß ja, durch die Sigma-Regeln, dass die 1,96 Sigma-Umgebung, ja, das ist ja die Umgebung, die symmetrische Umgebung um den Erwartungswert µ mit dem Radius 1,96 Sigma, ja, also ich gehe einmal von µ 1,96 Sigma nach links und einmal nach rechts, deswegen linke Grenze von diesem Bereich, von dieser 1,96 Sigma-Umgebung ist µ minus 1,96 Sigma und der rechte Grenzbereich hier ist dann quasi mit µ plus 1,96 Sigma definiert. Und wir wissen jetzt durch die Sigma-Regeln, dass die Wahrscheinlichkeit p, dass unsere Testgröße x eben einen Wert zwischen diesem Bereich annimmt, die ist 95%. Ja, das heißt, diese rote Fläche hier, die sind 95%. Und jetzt wissen wir ja, die ganze Fläche unterhalb der Glockenkurve ist 100%, ja, also die Wahrscheinlichkeit 1, natürlich, dass unsere Testgröße x irgendeinen Wert annimmt zwischen 0 und n ist 1 und da hier diese Glockenkurve symmetrisch ist, weiß ich eben, dass rechts von dieser Sigma-Umgebung die Wahrscheinlichkeit 2,5% beträgt und links 2,5%, ja, weil 95%, da fehlen noch 5% zu den 100%, ja, um die ganze Fläche dann quasi zu beschreiben und dementsprechend muss dieser linke Bereich aufgrund der Symmetrie 2,5% sein und der rechte Bereich auch. Und jetzt wissen wir ja, das Signifikanzniveau wird, ist das gleiche wie die Fehlerwahrscheinlichkeit für einen Fehler erster Art, ja, und der Fehler erster Art, die Wahrscheinlichkeit dafür wird ja beim zweiseitigen Test eben so berechnet, dass ich einmal die Wahrscheinlichkeit eben vom linken und vom rechten Ablehnungsbereich, das die Testgröße x-Darnwert annimmt, bestimme, ja, das ist nämlich genau diese blaue Fläche hier und dementsprechend, weil wir hier zwei Seiten haben, ja, wird ja diese Fehlerwahrscheinlichkeit zusammen addiert und da wir eben auf einem Signifikanzniveau von 5% testen, muss dann eben dementsprechend die linke und die rechte Seite zusammen 5% sein und das haben wir in diesem Fall hier bei dieser 1,96 Sigma Umgebung eben gegeben, ja, aufgrund dieser Symmetrie. Rechts und links beides 2,5%, zusammen addiert 5%. Und dementsprechend, ja, können wir eben, wenn eine Normalverteilung vorliegt oder wir können die Binomialverteilung annähern durch eine Normalverteilung, diesen kritischen Wert links eben berechnen, indem das einfach diese linke Seite von der 1,96 Sigma Umgebung ist, eben mit µ-1,96 Sigma und rechte Seite ist dann quasi R ist µ-1,96 Sigma, ja, und µ und Sigma, wie man das in der Binomialverteilung berechnet, das wisst ihr, werden wir auch gleich im Beispiel sehen und dementsprechend ist das dann wirklich eine sehr schnelle Angelegenheit. Ja, wir machen mal ein Beispiel. Hier ist die Ausnahme gegeben, 2018 haben 40% aller Schüler, Schülerinnen, YouTube genutzt, ja, um, ja, zu lernen, Lernunterstützend verwendet. Zwei Jahre später soll jetzt diese Hypothese, die hier getroffen wurde, die Aussage überprüft werden, und zwar mit einem Hypothesentest hat sich die Quote geändert, und zwar mit einem Signifikanzniveau Alpha von 5%. Wichtige Information, dafür werden 100 Schüler, Schülerinnen befragt, ja, die zufällig ausgewählt werden, ob sie eben mit YouTube lernen oder nicht, und die Frage hier jetzt in der Aufgabe ist, wie lautet die Entscheidungsregel? Und als allererstes stellen wir natürlich mal einfach den Hypothesentest auf. Dafür brauchen wir einmal die Erfolgswahrscheinlichkeit, die Trefferwahrscheinlichkeit P0, die ist ja eben in der Aussage hier gegeben, 2018 haben 40% aller Schülerinnen YouTube zum Lernen genutzt, das heißt, wir definieren einen Treffer, wenn wir eine Schülerin in dieser Befragung erwischen, die YouTube zum Lernen benutzt, und ein Nicht-Treffer wäre dann eine Schülerin, die YouTube zum Lernen, äh, die nicht YouTube zum Lernen benutzt. Ja, und dementsprechend ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass eine Schülerin eben YouTube zum Lernen genutzt, hier eine Aussage getroffen mit 40%, also P0 ist 0,4. Und was ist unsere Länge der Stichprobe N? Naja, wie viele Leute werden befragt? Hier, Befragung von 100 Schülerinnen, das heißt, die Stichprobengröße, ja, sind 100, N ist dementsprechend 100, und wichtig hier ist eben noch die Aussage über das Signifikanzniveau Alpha ist eben 5%, eben 0,05. So, und jetzt stellen wir erstmal den Test auf, bevor wir auf diese, ähm, Frage eingehen. Was ist hier das Stichwort? Und zwar hier ist jetzt das Stichwort geändert. Ja, die Frage hier in der Aufgabenstellung ist ja, hat sich diese in der Aussage, in der Hypothese getroffene, ähm, Aussage über die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass eine Schülerin YouTube nutzt, hat die sich geändert, ja, diese zwei Jahre später verändert. Und bei dieser Änderung ist es immer eben ein Signalwort für, ähm, einen beizeitigen, für einen zweiseitigen Hypothesentest, ja. Also, wir schreiben auf, zweiseitiger Hypothesentest. Ja, und wie sieht denn beim zweiseitigen Hypothesen das ist die Nullhypothese dann aus? Naja, die Aussage ist, dass p gleich 40% ist, also 0,4. Und die Gegenhypothese sagt eben, dass p sich geändert hat und ungleich 0,4 ist dementsprechend. So, und jetzt ist die Frage, wie lautet die Entscheidungsregel? Das heißt, wir wollen den Annahme- und Ablehnungsbereich aufstellen. Und wir wissen, ja, um den aufstellen zu können, brauchen wir bei dem zweiseitigen Test eben diese beiden kritischen Werte, KL und KR. Und wir können ja jetzt einfach diese Formel hier verwenden, wenn wir eine Normalverteilung vorliegen machen. Oder hier in dem Fall haben wir ja eine Binomialverteilung vorliegen. Ja, wir haben zwei Treffermöglichkeiten, nämlich entweder unsere Schülerin nutzt YouTube oder nicht. Wir haben eine Wahrscheinlichkeit P0, Erfolgswahrscheinlichkeit mit 0,4. Wir haben eine Länge der Strichprobe N gleich 100. Das heißt, wir haben hier die Binomialverteilung vorliegen mit 100 für N und die Wahrscheinlichkeit P0,4. Und die Frage ist jetzt, kann ich diese Binomialverteilung annähern durch eine Normalverteilung? Und diese Antwort auf diese Frage gibt uns ja die Laplace-Bedingung, nämlich, wenn unser Sigma, also unsere Standardabweichung von dieser Binomialverteilung, größer ist als 3, dann kann ich diese Annäherung durchführen. Wie berechnet sich in der Binomialverteilung unsere Standardabweichung Sigma? Na ja, einfach mit N mal P mal 1 minus P und davon die Wurzel ziehen. Ja, machen wir mal. Also N ist 100 mal P ist 0,4 mal 1 minus 0,4 ist 0,6. Ja, und was kommt da raus, wenn ihr richtig gerechnet habt? 4,9, das ist größer als 3. Das bedeutet eben, die Laplace-Bedingung ist erfüllt, ja. Und dementsprechend kann ich jetzt diese Binomialverteilung mit N gleich 100 P gleich 0,4 annähernd durch die zugehörige Normalverteilung mit den Werten eben µ, dem Erwartungswert µ. µ wird berechnet in der Binomialverteilung mit N mal P, also 100 mal 0,4. 100 mal 0,4 ist einfach 40. Und die Standardabweichung Sigma ist 4,9. Ja, das ist die zugehörige Normalverteilung dementsprechend, die eben annähernd diese Binomialverteilung beschreibt. Und mit diesem Wissen können wir jetzt eben die Sigma-Regel verwenden. Das heißt, wir können mithilfe der 1,96 Sigma-Umgebung bestimmen, was unsere beiden kritischen Werte hier im Ablehnungsbereich sind. Dementsprechend. Was ist dann KL? Also KL. Nicht so schönes L. Ja, µ minus 1,96 Sigma. µ, haben wir gesagt, ist 40. Also 40 minus 1,96 mal Sigma. Sigma ist 4,9. Und da kommt dann raus circa 30,396. So, und das Ding ist jetzt aber, das ist ja hier eine Kommazahl, eine Dezimalzahl. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir hier eine Kommazahl, eine Dezimalzahl rausbekommen für den kritischen Wert K, dann werden wir beim linken kritischen Wert immer abrunden. Ja, also wenn da eine 7,8 rauskommt, zum Beispiel runden wir auf 7 ab. Und beim rechten kritischen Wert werden wir immer aufrunden. Man nennt das Runden zur sicheren Seite. Ja, damit eben diese Bedingung mit dem Signifikanzniveau von 5% erfüllt ist. Und dementsprechend hier beim linken kritischen Wert wird immer abgerundet. Das heißt, wir runden 30,396 ab. Dementsprechend ist unser K dann eben 30. Ja, ist logisch. Also wir können ja hier für kritische Werte nur ganze Zahlen annehmen, weil es gibt ja auch nur ganze Schüler, Schülerinnen, die YouTube nutzen und nicht halbe. Genau. Ah, das ist KL. Und dementsprechend, wie berechnet sich dann Kr? Naja, wir dürfen die Sigma-Regel verwenden. Das heißt, das ist dann einfach µ plus 1,96 Sigma, also 40 plus 1,96 mal 4,9 sind dann 49,604. Und wir haben gesagt, beim rechten kritischen Wert im Ablehnungsbereich müssen wir immer aufrunden. Ganz wichtig. Und aufgerundet gibt es dann 50. Ja, und jetzt können wir eben die Entscheidungsregel aufstellen. Das heißt, was haben wir denn hier für einen Annahmebereich vorliegen? Na ja, wenn eben unsere Stichprobe ergibt, dass entweder eins größer als den kritischen Wert links, also 31 Schüler YouTube nutzen, bis zu 49 Schüler, ja, eins weniger, dann wird unsere Nullhypothese angenommen, ja, dass diese Wahrscheinlichkeit eben 40% beträgt. Das heißt, 2018, die Aussage, die hier getroffen wurde, gilt auch zwei Jahre später. Also 39 bis 49, na, sorry, 31, ne? Wo war das hier? 31 bis 49. Ja, und der Ablehnungsbereich besteht jetzt eben einmal aus der linken und einmal aus der rechten Seite. Die linke Seite wird durch diesen kritischen Wert KL definiert. Das heißt, wenn entweder 0 bis 30 Schüler angeben, dass sie YouTube zum Lernen verwenden, dann wird die Nullhypothese verworfen, die Gegenypothese angenommen, dass eben die Wahrscheinlichkeit ungleich 0,4 ist. Und der rechte Bereich geht jetzt eben von 50, ja, bis wie viele können maximal angeben, dass sie YouTube zum Lernen verwenden. Ja, wir haben eine Stichprobe mit der Länge 100, das heißt maximal 100. Und dementsprechend, wenn eben unsere Testgröße X einen Wert in diesem Bereich annimmt, dann wird auch die Nullhypothese verworfen und die Gegenhypothese angenommen. Ja, wir schauen uns das mal kurz hier im Schaubild an, diese Annäherung, ja. Wir sehen die Binomialverteilung mit den Werten N gleich 100, P gleich 0,4. Das ist hier dieses Verteilungsdiagramm mit den Balken hier. Und da diese Laplace-Bedingung erfüllt ist hier, ja, die Standardabweichung ist groß genug, ist größer als 3, können wir eben diese Binomialverteilung annähern durch die Normalverteilung, ja, mit diesen zugehörigen Werten µ und Sigma. Ja, ihr seht diese schöne Glockenkurve hier. Hier unten ist, wie gesagt, unsere Testgröße X und, ja, bei 40, das ist ja dieser Erwartungswert, haben wir die höchste Ausprägung, der ist am wahrscheinlichsten. Den Wert erwarten wir. Wir erwarten also eigentlich in dieser 100er-Stichprobe, dass 40 Schülerinnen angeben, dass sie YouTube verwenden. Wenn aber eben in diesem Bereich eben unsere Testgröße X liegt, das heißt nur 0 bis eben 30 Schüler geben an, dass sie YouTube verwenden zum Lernen, dann verwerfen wir die Nullhypothese und hier dementsprechend für den rechten Bereich gilt 50 bis 100. Und wenn aber eigentlich diese Verteilung gilt, also die ist eigentlich wahr, ja, dann ist ja, und ich lehne die ab, weil ich eben einen von diesen Werten annehme hier, die Test für die Testgröße X, dann ist das ja ein Fehler erster Art. Das heißt, unser H0 wird eigentlich fälschlicherweise verworfen. Diese Wahrscheinlichkeit soll insgesamt eben so bei 5% liegen, das ist ja das Signifikanzniveau, und dementsprechend haben wir jetzt KL und KR so gewählt, dass das eben erfüllt ist, ja, dass hier diese Fehlerwahrscheinlichkeit insgesamt, linke Seite plus rechte Seite, insgesamt bei 5% liegt circa, und das können wir eben mit Hilfe der Sigma-Umgebung 1,96 Sigma, ja, berechnen. Ganz wichtig, ja, wenn ihr ein anderes Signifikanzniveau gegeben habt, dann müsst ihr eben schauen, welche Sigma-Umgebung müsst ihr verwenden, zum Beispiel, wenn das 10% ist, dann muss diese Wahrscheinlichkeit hier 5% sein, und hier auch 5%, und wir wissen ja, die 1,64 Sigma-Umgebung, die ist schon ein bisschen kleiner, die hat eben 90%, und dann könnten wir es mit der berechnen, ja, da müsst ihr dann halt schauen, und dementsprechend dann die Werte wählen. Ja.